Die jüngste Ankündigung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, die monatlichen Rentenzahlungen zu erhöhen, hat eine komplexe Debatte über die finanzielle Sicherheit der älteren Bevölkerung in Deutschland ausgelöst. Oberflächlich betrachtet scheint dieser Anstieg der Rentenleistungen ein positiver Schritt zur Verbesserung des Lebens von Rentnern im ganzen Land zu sein. Ein genauerer Blick auf die aktuelle Wirtschaftslandschaft und die Herausforderungen, denen ältere Deutsche gegenüberstehen, zeigt jedoch ein nuanciertäres und beunruhigenderes Bild. Diese Erhöhung der Rentenzahlungen mag zwar willkommen sein, aber sie kratzt nur an der Oberfläche eines tieferen, systematischeren Problems, das einen umfassenden und vielschichtigen Ansatz erfordert, um es wirklich anzugehen. Um die Auswirkungen der Erhöhung der Altersversorgung zu verstehen, ist es wichtig, den breiteren Kontext der finanziellen Probleme älterer Menschen in Deutschland zu betrachten. Jüngste Berichte haben einen wachsenden Trend zu Schuldenproblemen bei älteren Deutschen hervorgehoben, wobei einige Senioren sogar Angst vor Inhaftierung aufgrund unbezahlter Rechnungen äußern. Diese harte Realität steht in scharfem Kontrast zum Bild von Deutschland als wohlhabender Nation mit einem starken sozialen Sicherheitsnetz. Die Tatsache, dass ein erheblicher Teil der älteren Bevölkerung mit finanzieller Unsicherheit zu kämpfen hat, wirft ernsthafte Fragen über die Wirksamkeit der aktuellen Politiken und den allgemeinen Zustand der Altersvorsorge im Land. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, klicken Sie auf den Button Jetzt abonnieren, um über die neuesten Entwicklungen in der deutschen Politik und Wirtschaft informiert zu bleiben. Die Besonderheiten des Pensionserhöhungsplans von Scholz sind im Detail zu betrachten. Der Vorschlag zielt darauf ab, die Renten um einen bestimmten Prozentsatz zu erhöhen, was sich für den durchschnittlichen Rentner in einer zusätzlichen Summe von Euro pro Monat auszahlen lässt. Während eine Einkommenssteigerung generell positiv gesehen wird, insbesondere für Personen mit festem Einkommen, ist es entscheidend, diesen Anstieg im Kontext steigender Lebenshaltungskosten zu betrachten. Deutschland hat wie viele andere Länder mit der Inflation, den steigenden Energiepreisen und steigenden Gesundheitskosten zu kämpfen. Für viele Senioren wird die vorgeschlagene Rentenerhöhung kaum mit diesem steigenden Ausgabenschritt halten, sie könnten sich in einer ähnlichen finanziellen Lage befinden, obwohl ihre monatlichen Zahlungen nominal gestiegen sind. Ein weiterer kritischer Faktor ist das Vorhandensein von Lücken in der Beschäftigungsgeschichte, insbesondere für Frauen. Deutschland hat wie viele andere Länder auch in der Vergangenheit Frauen häufiger Unterbrechungen ihrer Karriere oder Teilzeitarbeit zur Betreuung von Kindern oder älteren Verwandten zugesagt. Diese Arbeitsunterbrechungen können sich erheblich auf die Rentenbeiträge und damit auch auf die im Ruhestand erhaltenen Leistungen auswirken. Obwohl Anstrengungen unternommen wurden, um dieses Problem zu lösen, werden die Auswirkungen dieser historischen Ungleichheiten heute noch von vielen pensionierten Frauen spürbar. Die steigenden Wohnkosten, insbesondere in städtischen Gebieten, stellen eine weitere große Herausforderung für ältere Deutsche dar. Viele Rentner haben Probleme, mit steigenden Mieten oder Instandhaltungskosten Schritt zu halten. Diese Belastung durch die Wohnkosten kann einen unverhältnismäßig hohen Anteil ihrer festen Einkommen verbrauchen, während sie weniger für andere wesentliche Ausgaben übrig lässt. Besonders akut ist das Problem in den großen Städten, wo die Gentrifizierung und die städtische Entwicklung die Wohnkosten in den letzten Jahrzehnten dramatisch angehoben haben. Unerwartete Gesundheitskosten stellen für ältere Deutsche eine weitere finanzielle Bedrohung dar. Während das deutsche Gesundheitssystem allgemein als qualitativ hochwertig gilt, gibt es immer noch Kosten, die die Budgets der Rentner belasten können. Chronische Gesundheitsprobleme, die mit zunehmendem Alter häufiger auftreten, können zu laufenden medizinischen Kosten führen, die möglicherweise nicht vollständig von der Standardkrankenversicherung abgedeckt werden. Die Notwendigkeit einer Langzeitpflege oder spezieller Behandlungen kann schnell zu einem Sparschwund führen und finanzielle Probleme verursachen. Die Angst vor Freiheitsstrafe wegen unbezahlten Schulden ist ein deutliches Zeichen für die finanzielle Angst, die einige deutsche Senioren erleben. Diese Befürchtung rührt von einer Bestimmung im deutschen Recht her, die in extremen Fällen der Zahlungsverweigerung eine kurzfristige Haft erlaubt. Während die tatsächliche Freiheitsstrafe für Schulden in der Praxis selten ist, hat die bloße Existenz dieser rechtlichen Möglichkeit ein Klima der Angst unter verschuldeten Senioren geschaffen. Diese Angst kann tiefgreifende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und Lebensqualität haben, auch wenn die Gefahr der Inhaftierung eher wahrgenommen als real ist. Eine weitere wichtige Strategie ist die Förderung der privaten Altersvorsorge. Dazu könnten Bildungsinitiativen gehören, die bei jüngeren Deutschen die Finanzkompetenz verbessern und ihnen die Bedeutung des Sparens für den Ruhestand bereits in jungen Jahren bewusst werden lassen. Darüber hinaus könnte die Regierung erwägen, steuerliche Anreize für Altersvorsorgeeinlagen zu implementieren oder auszubeuten, es ist für Einzelpersonen attraktiver und praktikabler, Mittel für die späteren Jahre vorzuhalten. Auch ein verstärkter Schutz vor aggressiven Inkasopraktiken könnte eine Rolle bei der Linderung finanzieller Belastungen älterer Deutscher spielen. Obwohl es wichtig ist, ein faires System für Gläubiger auf Recht zu erhalten, kann es durchaus Raum für Reformen geben, die zusätzliche Schutzmaßnahmen für gefährdete Bevölkerungsgruppen, einschließlich älterer Menschen, bieten. Dies könnte Beschränkungen für bestimmte Einziehungstaktiken, erweiterte Schuldenerlassprogramme für Senioren in schwierigen Umständen oder vorgeschriebene flexible Rückzahlungspläne für ältere Schuldner beinhalten. Die Herausforderung, die finanzielle Unsicherheit älterer Menschen in Deutschland zu bewältigen, wird durch die alternde Bevölkerung des Landes noch weiter erschwert. Da der Anteil der Rentner an der Erwerbsbevölkerung steigt, wird es zu einem erhöhten Druck auf die sozialen Systeme und damit zu einer möglichen Belastung der intergenerationalen Solidarität kommen. Für die langfristige soziale und wirtschaftliche Stabilität Deutschlands ist es entscheidend, nachhaltige Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der Rentner gerecht werden und die wirtschaftlichen Realitäten einer sich verändernden demografischen Landschaft berücksichtigen. Auch das Thema der finanziellen Sicherheit älterer Menschen in Deutschland wirft Fragen nach gesellschaftlichen Werten und Prioritäten auf. Wie kann eine Nation ihre Verantwortung gegenüber ihrer alternden Bevölkerung mit anderen wirtschaftlichen und sozialen Zielen in Einklang bringen? Welche Unterstützung kann und sollte der Staat leisten und welche Rolle spielen Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften bei der Sicherung des Wohlbefindens älterer Bürger? Es sind komplexe Fragen, die über einfache ökonomische Berechnungen hinausgehen und grundlegende Fragen des sozialen Vertrags und der intergenerationalen Verantwortung berühren. Die geschlechtsspezifische Dimension der finanziellen Unsicherheit älterer Menschen verdient weitere Untersuchungen. Wie bereits erwähnt, sind Frauen häufig unverhältnismäßig stark von Rentenausfällen betroffen, die auf Unterbrechungen der Karriere und niedrigere Verdienste während des gesamten Lebenszyklus zurückzuführen sind. Die Beseitigung dieser geschlechtsspezifischen Rentenlücke erfordert nicht nur Reformen des Rentensystems selbst, sondern auch breitere gesellschaftliche Veränderungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz und bei der Pflege Verantwortlichkeiten. Maßnahmen, die eine Work-Life-Balance fördern, gemeinsame Elternzeit fördern und unbezahlte Arbeit in der Pflege wertschätzen, könnten sich langfristig positiv auf die finanzielle Sicherheit von Frauen im Ruhestand auswirken. Auch die regionalen Unterschiede innerhalb Deutschlands spielen eine Rolle bei der finanziellen Situation älterer Menschen. In den ehemaligen DDR-Bundesländern stehen Rentner aufgrund historischer wirtschaftlicher Unterschiede und anhaltender Lohnunterschiede und Lebenshaltungskosten oft vor größeren finanziellen Herausforderungen. Jeder umfassende Ansatz zur Verbesserung der finanziellen Sicherheit älterer Menschen muss diese regionalen Unterschiede berücksichtigen und möglicherweise gezielte Maßnahmen umfassen, um Bereiche mit besonderem Bedarf zu adressieren. Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen könnten eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung finanzieller Unsicherheit älterer Menschen spielen. Viele ältere Menschen sind sich der ihnen zur Verfügung stehenden Unterstützungsdienste und Ressourcen nicht bewusst oder fühlen sich unter dem Stigma, finanzielle Hilfe zu suchen. Proaktive Outreach und Informationskampagnen könnten dazu beitragen, gefährdete ältere Menschen mit der Hilfe zu verbinden, die sie benötigen, bevor ihre finanzielle Situation kritisch wird. Auch das Potenzial für innovative, auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnittene Finanzprodukte sollte erforscht werden. Reverse Hypotheken, spezialisierte Versicherungsprodukte oder neue Rentenformeln könnten den Senioren zusätzliche finanzielle Möglichkeiten bieten. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass alle derartigen Produkte sorgfältig reguliert werden, um gefährdete Personen vor räuberischen Praktiken oder ungeeigneten finanziellen Verpflichtungen zu schützen. Die Förderung und Unterstützung von Unternehmertum im Seniorbereich könnte ein weiterer Weg zur Verbesserung der finanziellen Sicherheit älterer Menschen sein. Viele Rentner verfügen über wertvolle Fähigkeiten und Erfahrungen, die für kleine Unternehmen oder Beratungsdienste genutzt werden könnten. Unterstützung, Schulung und möglicherweise Start-up eine Förderung für ältere Unternehmer könnte nicht nur die finanzielle Situation Einzelner verbessern, sondern auch zur wirtschaftlichen Dynamik und zum generationenübergreifenden Wissenstransfer beitragen. Die Rolle von Gemeinschafts- und sozialen Unterstützungsnetzwerken bei der Linderung finanzieller Unsicherheit älterer Menschen sollte nicht unterschätzt werden. Starke Bindungen in der Gemeinschaft können praktische Unterstützung bieten, wie das Teilen von Ressourcen oder die Bereitstellung informeller Pflege, was dazu beitragen kann, begrenzte finanzielle Ressourcen zu belasten. Politiken und Initiativen, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken und die Verbindungen zwischen den Generationen unterstützen, könnten indirekte, aber bedeutende finanzielle Vorteile für ältere Menschen haben. Während sich Deutschland mit diesen komplexen Fragen auseinandersetzt, wird es wichtig sein, ein Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen wie Rentenerhöhungen und langfristigen Strukturreformen zu wahren. Während eine sofortige Hilfe für diejenigen, die derzeit in Schwierigkeiten sind, von entscheidender Bedeutung ist, müssen nachhaltige Lösungen die Ursachen der finanziellen Unsicherheit älterer Menschen angehen. Dies kann schwierige politische Entscheidungen und mögliche Kompromisse zwischen verschiedenen politischen Zielen mit sich bringen. Letztlich ist die Frage der finanziellen Sicherheit älterer Menschen in Deutschland nicht nur eine wirtschaftliche Herausforderung, sondern ein Test für gesellschaftliche Werte und Zusammenhalt. Wie sich eine Nation um ihre am stärksten gefährdeten Bürger kümmert, einschließlich der älteren Menschen, spiegelt ihre grundlegenden Prinzipien und Prioritäten wider. Während Deutschland diese Herausforderung bewältigt, sie hat die Möglichkeit, ihr Engagement für soziale Solidarität zu bekräftigen und innovative Lösungen zu entwickeln, die als Modell für andere alternde Gesellschaften auf der ganzen Welt dienen könnten. Abschließend möchte ich sagen, dass die Ankündigung von Kanzler Scholz über eine Erhöhung der Rentenzahlungen zwar ein positiver Schritt ist, aber nur ein Teil eines viel größeren und komplexeren Puzzles darstellt. Die finanzielle Unsicherheit vieler älterer Bürger in Deutschland zu bewältigen, erfordert einen umfassenden, differenzierten und langfristigen Ansatz. Dieser Ansatz muss nicht nur die unmittelbaren finanziellen Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch breitere gesellschaftliche, demografische und wirtschaftliche Faktoren. Durch die direkte Bewältigung dieser Herausforderung hat Deutschland die Möglichkeit, sein soziales Gefüge zu stärken und das Wohlbefinden seiner älteren Bürger zu verbessern und ein positives Beispiel für andere Nationen geben, die mit ähnlichen demografischen Veränderungen konfrontiert sind. Der Weg nach vorn ist vielleicht nicht einfach, aber das Ziel, allen Bürgern in ihren späteren Jahren Würde und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten, ist eine gemeinsame Anstrengung und innovatives Denken wert.